Ich habe jetzt einige Tage der Stille und des Gebets verbracht. Hier oben auf der Kinderalm, wie sie heißt, auch im Volksmund. Es ist das Kloster der Schwestern von Bethlehem. Hier leben etwa über 20 Schwestern, Tag aus, Tag ein, das ganze Jahr. Und sie beten, arbeiten, versammeln sich auch zur Liturgie in ihrer Kirche in der Früh. Und am Abend singen sie das Lob Gottes und feiern auch die Heilige Messe. Ich habe ja auch mit den Schwestern die Heilige Messe wiederholt gefeiert. Es war eine sehr gute Zeit für mich, Tage der Stille, Tage des Gebetes. Nimmst du dir auch manchmal Zeit für die Stille, manchmal mehr Zeit für Gebet?